Wir springen ja aber erst, wenn ich bereit bin, okay? Bollywood, sag's bitte nicht mit mir! Es ist nicht immer einfach hier. 147 Tage ohne Land in Sicht. Was ist denn das? Dasselbe wie gestern. Und das hier? Die angebrannte Version davon. Das sind alle Nahrungsmittel, die noch da sind? Ich muss diese Vorräte strecken, solange es irgendwie geht. Dave, wo sind die Kinder? Land? Finny! Du bist aufgewacht. Sie sind eine Nestrierin. Bitte hör auf mich zu stupsen, ja? Weißt du auch, warum diese Kolonie gebaut wurde? Um uns Nestrier vor den Fleischfressern zu schützen. Die Arche, sie ist gelandet. Oh Mann, hör mir auf. Sollten wir ihnen nicht helfen? Was werden sie wohl essen, wenn uns die Nahrung ausgeht? Steine? Nein, nicht Steine. Euch! Wir sollen also deinen Fleischfresserfreunden direkt in die Klauen rennen? Wenn wir während unserer Zeit auf der Arche irgendetwas gelernt haben, dann das... Dass man niemals glauben sollte, man könnte ein Nashorn kitzeln. Nein, Dave. Wir haben gelernt, dass es möglich ist, unter uns Tieren friedlich miteinander zu leben. Was macht ihr denn mit der Arche? Zerstört ihr die Arche etwa für einen Whirlpool? Nein, wir zerstören die Arche für eine ganze Wellness-Oase. Entspann dich, trink ein Schlückchen. Die Arche für dominate. Die Arche Untertitelung des ZDF, 2020